So, wir gucken jetzt mal trotzdem hier. Wann haben wir das Spiel, dass ich übergenommen habe, dass ich die Falschen genommen habe? Egal. Buddha muss los. So, nein. Ach, nö. Gar kein Bock. So, wie er unser ganzes Land befriedet. Das Land befriedet? Da spricht das Kalte in dir. Doch ich gebe zu, er wirkt beruhigend. Wenn alle in völliger Stille da sitzen und dem weichen, flockigen Schnee beim Fallen zu sehen würden, wären wir alle glücklicher, glaube ich. In einem Bett aus Schnee pflügt es sich schlecht. So viel kann ich sagen. Meinst du? Weiß ich, ob das richtig ist, was ich hier tue. Jetzt bin ich, glaube ich, eher an meiner Grenze, oder? Ja. Der jetzt viel zu spitz zuläuft. Eine Spitze oben drauf, der ist nicht so gut. Wohl. Bietet sich ja förmlich an, der Finde. So machen. Unwahrscheinlich, oder? Ja. Oh, das wird alles oben. Nice. Richtig jetzt einfach nochmal. Richtig schnell, ne? Mh, so. So. Bittet er zalten vielleicht? Oh. Aber auf einmal ist es aber trotzdem nicht korrekt. Nee. Ja, ich würde ja sagen, der ist nicht der Untergrund, sondern der hier. So, und wir müssen drehen. Ich hatte so eine richtig scheiß Auflagefläche eigentlich. Das kippt bitte einfach nur. Ich würde mit einem Stein da was Grades draus machen. So. Wird das? Ich weiß es nicht. Ich habe schon erlebt, dass ich diese Dinger hasse. Diese Rätsel. Was für ein Ballonsakt Ihr seht, was ich da gerade mache, oder? No, no So knapp Möchte ich mir fast so machen Ja, nicht, ne Machen wir jetzt hier Kampfmusik What happened to me? Ne Ach man ey, der war so gut der Troll gerade War so richtig, richtig gut eigentlich Oh Junge, ich hab keinen Bock Ah, wo waren wir denn jetzt Bei welchem Sternmännchen sind wir denn? Bei dem hier? Ja, natürlich Okay, also der Äh, ich hab mal Richtig oder falsch? Äh, falsch Okay, wir brauchen Den hier als Grundlage Aber in Richtung, wie ich ihn ausgerichtet habe, war schon mal richtig Oh, findet er schon Steht auf jeden Fall stabil Geht doch lieber so rum Äh, hier So, dann kommt der Schräge Stein Der hier Der hier Ein bisschen Schräge noch da machen Hier sieht wer so aus Wurde der Kippeln Dann kommt dieser Stein Nach hier Nach hier Aber das ist nur Ungleichgericht ausgleichen Ja Wieso wirst du da hin? Aber irgendwie Soll ich das hier Soll ich jetzt darüber lachen oder Ja, weinen Ich will ja halt drüber weinen Muss ich gestehen Ich will einfach drüber weinen Darf ich bitte einfach drüber weinen Über dieses Spiel Über diesen Steinhaufen Dann habe ich hier halt die Befürchtung Dass ich dem noch Noch ganz viele Steinhaufen machen muss Das grauselt mich Grauselt mich sehr So, dann halt den Stein Der Kante so Okay Ich bin jetzt den Stein oben drauf Frage ist halt noch wie rum am besten Das würde ich sagen Das würde ich sagen Nee Ich glaube einfach so Lassen kommen Der kippt doch so hart um oder nicht Nee, er hält Was denn Was denn Ich bin einfach nur als Kontergewicht hier oben drauf Oh fuck Nein, er fällt Oh Junge Das ist so eine Kippelsangelegenheit Das könnt ihr euch nicht vorstellen Also wenn wirklich jemand sagt Er hat Spaß an diesen Rätseln Der gehört verprügelt Gelyncht und gemeuchelt Also wer hier Spaß bei ihm findet Ganz ehrlich Er würde auch seine Mutter Junge, Junge Das sind so Schlecht Gemacht Diese Steinrätsel Weil es ist halt eben Auf dem Versiktigen basiert Was nicht funktioniert Nicht so richtig Ja, noch hält's Vielleicht richtig rumdrehen Den Stein hier So Jetzt hält's Gott sei Dank Endlich So ein hässlicher Warnson Meiner sieht ein bisschen anders aus Deutlich anders Sieht er aus Eieieiei Junge Bist du Ein Warnson Entschuldigung für meine Ausdrucksweise Aber Ich hasse es Ich hasse das so hart So Ich würde sagen Suchen wir einfach jetzt die blauen Dinger Erstmal Nee Das wäre lame von mir Das wäre richtig lame Glaube ich Mal Zwei Den Und den So Ja 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 Wolf Schnell weg Woher kommt man denn Den da Spregen Aber die scheinen beide irgendwie tiefer zu liegen Ja Spring Wo war jetzt die Herausforderung daran Ich glaube da wurde irgendwie was vergessen Mir kann ich mir sonst nicht erklären Das war echt gar nichts War ja langweilig Mehr war das nicht Aber haltet ihr jetzt das Feeling Dass ich mich groß angestrengt habe dafür Ich hoffe nicht So Da sehen wir den Schatz doch schon Oh Da war hier auch noch ein Schatz Nee Okay hier haben wir eine Höhle Und jede Menge Schlüssel Ich kann mir keine Fehler erlauben Nee Hier geht es nicht weiter Oh Jetzt hier Reise hüllen oder was Einmal ja Irgendwie langweilig Oder Was Schau Bei dem dritten ist er noch Der Hier Guckt er irgendwie so Da haben wir noch einen Eingang Scheibenbar Aha Guck mal ich warte da nicht Das war nur die Kiste Schlüssel Schlüssel ist irgendwie da Wo komme ich zu dem Schlüssel Hier oben haben wir was Das ist einfach mein Sprengding Okay Hier haben wir dann noch irgendwie was Was wir sehen Ich bin bei der Gipfel Irgendwie weiter Wo komme ich da rein Und dann haben wir hier noch irgendwo was Auf der anderen Seite vom Bügel Auf der anderen Seite glaube ich Süden lässt sich heute wieder super top Nicht steuern Ach guck mal da Guck mal da Gut Ausrüstung Von daher ist es dann Irgendwo dann wieder vertretbar Obwohl dann irgendwie Der Moringa Anstellt Okay Aber irgendwie dafür Dass es dann Das doch dann wieder So speziell sein soll Sagen wir mal Oh man Was Okay Ist dann irgendwie wieder Dann doch zu viel Loot So speziell Wie es hieß Wie es sein soll Ist dann doch nicht Ach da oben auf der Statue Darauf Oh noch was Okay So Oh noch mal Eine Maske Hey Da freut sich der Römer Echt bald bei uns Dass wir so viele Masken bringen Junge 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 So Oh Kein Punkt Mehr Richtig Schichtpunkte Ne Leider nicht Mal Ob ich jetzt einen Punkt bekomme Verstehe ich nicht Okay Das mit zu ketzen War komisch So Wollen wir denn hier Haben wir noch ein Springding oder so Ah da Hallo Ja Danke Ach Katzen Kann ich dazu Was sagen Oh ja Oh fährt Einfach hüpfen Was damit Einfach mal hüpfen Würde dir schon helfen Glaube ich So Und das tat mein nächstes Ziel Eine Quest Eine Quest mal wieder So Ganz schön frech das Mädchen Dieser Mann ist ein Krieger aus dem Norden Und er verdient Respekt Wo ist seine Axt Ohne sie kann er nicht nach Valhall Harry ist damit weggelaufen Bitte tu uns nichts Das war nicht so gemeint Bitte Ich werde euch nichts tun Ich will nur dass der Mann seine Axt zurückbekommt Wo ist der Junge hin In diese Richtung Er hat gespielt Monster erschlagen Okay wir müssen die Axt zurückbringen Wer ist denn diese Richtung hier In welcher Richtung meinst du denn Hallo Dann was denn da näher ist dann Irgendwo dort Ist ja gerade am Kacken Du da Junge Gib mir die Axt Bevor du dir noch wehtust Ich bin kein Junge Ich bin Harry Der Monstertöter Du musst mich im Duell besiegen Wenn du sie haben willst Das Handgreiflichkeiten begehrst du Und Okay näher Dein Monstertöter Nun Unter uns Kriegern Muss ich dann wohl deine Ehre anrufen Um die Axt zu bekommen Arme wie Egeer Und Schenkel wie Thor Stärke Ehrlichkeit Und Weisheit Begehren alle Krieger Ich kann die nordische Magie Von meinen Fingern Bis in die Zehenspitzen fühlen Ich wette Ich bin schneller als du bei der Leiche Okay Okay Das lachen mal junger Lachen mal Schau mal Da ist eine Spinnah an seinem Auge Ich glaube sie will es frissen Wir kennen weder deinen Namen noch den deines Clans Doch du warst ein nordischer Krieger Udn wird dich in Valhall willkommen heißen Amen Und eines Tages werden wir Krieger zu dir stoßen Im ewigen Kampf gegen die Monster Die Leiche Oh noch mehr Punkte So Was haben wir denn hier Das, das und das da Dann können wir den machen Reisen wir hier hoch machen das Machen wir den, 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 den Das da können wir das machen Das hier Wir müssen eben hier Wir müssen eben hier hinreisen Was können wir das denn machen Das sind auch Möglichkeiten Würde ich heute in dem Stream Gerne beide Gebiete schaffen Ist zwar viel verlangt, aber Wäre schön Ich muss wieder Den Baum klettern scheinbar Ach ja Warum immer wieder auf die Bäume klettern Nein Ich stecke fest Nein, ich will die Truhe Die Steuerung ist einfach so Überladen Er klettert aber durch die Klettertaste Nicht drücken zum Beispiel Das Spiel weiß nicht, was es machen soll Da ist irgendein Algorithmus im Hintergrund Der irgendwie versucht nur das Beste rauszuholen Glaube ich Anders kann ich es glaube ich gar nicht beschreiben Das ist nicht das Netteste, was ich glaube ich rausholen kann Achso, okay, ich verstehe Obwohl, eigentlich müsste ich da tauchen können Oh, ne, da ist ein Fass Dann komme ich durch den Störerbau raus Oh, ne, da ist ein Fass Fuck 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 So Ist gar nichts, okay Komisch eigentlich Dann wollen wir in die Richtung Mädchen, schwimmen schneller Zuck Zeit hier nicht verfügbar Komm jetzt her, du weidiger Goethe So Na, Pilz oder was Ja, dann Pilz Dann wollen wir mal Gucken, was passiert Okay, soll ich klettern oder was Okay, jetzt soll ich mal was abschießen Das soll ich die Rabenbanner Leuchten lassen oder die anderen Dann soll es anders rum sein Achso, da war auch noch ein Hops Ach, fuck Da ist noch irgendwo einer hier Okay, mal doch die Rabenbanner aktivieren Ach, einfach nur in die Richtung schießen Reicht schon So Reicht das schon oder Was ist das für ein Strich Habt ihr den Strich gesehen? So Haben wir den auch gelöst Da war ja mal sogar zu verstehen Warum lern ich immer wieder auf Quest Ganz ehrlich Merkt der Spiel nicht, dass ich auf Quest scheiße im Grunde Sage Nö Zu Quest So Komm her Wolf Wir machen das nächste Ding So Was haben wir hier? Haben wir eine Abvergabe oder so? Oder ein Stein Ding Steinbild, glaube ich Ja, Steinbild Okay So Sei willkommen Du neugieriges Kind Gottes Ich bin Brenin von Irland Und durch Glanz und Klang Haben diese Steine Zu mir gesprochen Hier fand ich seine Zeichen Und eine zweite Stimme sprach zu mir So höre Was ich im Gebete Lernen konnte Vor langer Zeit Herrschte ein großer Verheerender Krieg Unter den Abkömmlingen der Götter Die vor der Sintflut leben Ich bete für diese rebellischen Engel Die vor uns kamen Meine sehr seltsame Kraft Meine sehr seltsame Kraft So Haben wir geschafft Sehr schön Ich bin Ich bin Ich bin Ich bin Ich bin Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018